Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sniper Elite. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Sniperer. Sniperer. Wir starten das Spiel. Dadurch, dass uns das Spiel jetzt zwischen den Episoden abgestürzt ist, werden wir wohl diese Mission nochmal neu starten müssen. Das gefällt Elana Ray ja ganz gut, weil er so scheiße gespielt hat. Nee, die hat mich gar nicht so scheiße gespielt. Ja, ja. Du bist doch alt und glässt. Du weißt, dass ich diejenige bin, die das Video schneidet. So was auf, was du sagst. Ah, nee. Geil. Wir sind genau da, wo wir aufgehört haben. Wie cool ist das denn? Mega. Das ist zwar in dem Sinne blöd, weil ich immer noch nicht weiß, wo ich bin, aber... Boah, aber das ist ja ein normaler Zustand. So. So. So, ich habe hier alles... Wir haben ja immer noch die Objekte finde den Funkern. Ja. Okay. Aber ich bin in der Nähe von dem Funkar. Und hoffe ich mal, dass ich den jetzt hier gleich... Und ich sehe da ein paar... Aha. Ah, ich habe ja keine Sliper-Munition mehr. Fuck, den hätte ich jetzt schön von hinten platt machen können. Okay, da muss ich mal hier die Toten durchsuchen. Bringt eure Toten raus. Pistolen-Munition, MP-Munition. Mehr finde ich nicht. Brauche mehr Kugeln. Ja, Munition knapp, das weiß ich. So, Gewehr-Munition. Sehr schön. Verband, sehr schön. Viel Radladen. Oh, wow, 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 wow. Was, warst du das? Nein. Warst du Wohle? Nein. Wir sind gerade sowas von alle auf uns aufmerksam geworden. Ich bin hier... Äh... Ich habe hier einen, der mich vielleicht entdeckt hat, aber... Ja, und von mir sind gerade eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stück aufgetaucht. Bei mir ist alles hier weiß. Bei mir sind alle rot, weil hier irgendwas gerade explodiert ist. Ja, hast du einen Faden lassen oder was? Nein, dann wären die alle tot. Aber das macht ungefähr so eine Explosion. Nee. Doch. Die Karte geht mir auf den Sack, der deckt man, man ist hier so, oh, ich bin hier voll nahe, aber dann ist man völlig woanders. Das Blöde ist, ich habe keine Sniper-Munition mehr. Tja. Ich hole mal den We-Port von dem Sniper, von einem anderen bösen Sniper. Ja, komm hoch. Komm hoch. Komm, fein hoch, komm. Ach, Mist. Fuck, 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 fuck. Oh. Blumentreffer. So. Ich muss eine andere Waffe ausrüsten, das hilft alles nichts. Oh. Ich bin hier echt überfordert gerade. Soll dich retten. Ja, retten ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich diese neuen Typen da in der Mitte erledigen soll. Hä? Hä? Warum stirbten wir nicht? Sehr merkwürdig. Na gut. Ach, sind das vielleicht Freunde von mir? Sind die hellblauen Freunde von uns? Möglich. Keine Ahnung. Weil ich konnte den nämlich jetzt nicht umbringen. Ja, dann würde ich sagen. Die mögen uns noch. Ja, noch ist gut. Gott sei Dank waren wir nie im Kriege. Magst du mich? Ähm, nee. Okay. Sind wir eigentlich Freunde? Keine Ahnung. Ein Gefallen. Bist du hellblau angezogen? Deckt meinen Arsch. Ich muss nachladen. Was ist denn das für eine schlechte Übersetzung? Das ist wahrscheinlich Cover my ass, ne? Ja. Das ist alles. Ach, ich habe Gewehrmunition gefunden. Ach, jetzt habe ich wieder 31 Schuss. Das Leben macht wieder Sinn. Ich mache mal. Okay, also die hellblauen sind unsere Freunde. Nur mal so zur Info. Okay. Deswegen können wir auch nicht auf die schießen. Der Sniper hat sofort gefunden. Bist du auch? Doch, du musst auch. Du musst mein Feind sein. Ja gut, das wird zwar uns nicht ganz koscher sind, das wäre sicher. Hä? Das wird zwar nicht ganz koscher sind, kriegen uns das meistens. Also wenn die, ich sage dir nur nochmal so, wenn du einen siehst, der ein blaues Halstuch trägt, so ein Schädchen hinten, weißt du, so ein dreieckiges Schädchen umhackt. Der ist unser Freund. Okay. Der Friedhof. Ah, ich sollte auf dem Friedhof, sollten wir doch irgendwas machen, oder? Wir hatten irgendein Objective auf dem Friedhof. Was war denn das? Ähm. Durchsucht den Friedhof. Ich wollte jetzt ja. Hab ich den Funk eingeschickt? Nein, das ist nicht. Okay, die kann ich nicht kaputt machen, schade. Das sind, äh, äh... Oh, das hier sieht... Freunde? Das sieht merkwürdig aus hier. Du hast einen Spiegel gefunden. Ah, das sind Partisanen, okay. Ähm. Wo ist das Partisan-Hauptquartier? Das ist unser Hauptobjektiv, da würde ich aber noch nicht hingehen, weil ich würde noch den Funker kaputt machen. Funker ausfindig machen. Hauptquartier Partisan. Okay, weil da finde ich etwas, womit wir durch die Wand am Friedhof kommen. Ah, okay. So, wo sind denn die Feinde, Jungs? Wo habt ihr denn hier Probleme? Ah, da unten. Autsch. Okay. Da hinten ist nicht irgendwo einer. Da unten ist er. Ach, Mist. Komm, 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 komm. Mach schneller. Okay, verstehst du dich nicht. Ich greife ihn nicht. Jetzt. Okay. Oh Gott, da oben sind viele. Ja, ich weiß, da bin ich gerade auf dem Weekend. Das waren eben noch mehr. Ich habe einen Offizier getötet. Gut. Gut, 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 gut. Deckung aufgeflogen. Oh. Wo sind die denn? Oh. Ich muss hier weg. Okay. Äh. Ich muss mich mal Medi kippen. Okay, perfekt. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Da ist der Drecksack. Da sind zwei sitzen. Eins. Zwei. Nein, der liegt noch. Nein. Darf mich in den Zusschuss. Okay. Ich habe es geschafft. Okay, hier ist klar. Hier ist clear. Ich muss mich wieder heilen. Los, stopp. Binde dich. Sonst nichts. So. Abschiedsbrief. Poesie im Angesicht des Todes. So. Oh, anstrengend, hä? Ja. Oh, fuck. Wo bist denn du schon wieder? Ich bin an der anderen Seite. Ich glaube, das wird nix. Nee, da kriege ich, da kriege ich dich nicht. Okay, ich muss zurück. Jetzt kann ich mich eigentlich selbst heilen. Hallo, ich habe es doch hier. Jetzt weiß ich, warum Ada alleine arbeitet. Ich bin nicht so weit weg. Ich bin nicht so weit weg. Ich glaube, es wird wegs. Lass mich doch wenigstens versuchen zu laufen. Hör auf zu jammern. Ja, dann renn halt. Ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, du bist das Blaue auf der Karte. Ja, ich bin oben. Okay, das ging nicht. Ja, du bist dann mal tot, ne? Waiting for Hose inside what's next. Do a single player, let's play. Äh, kommt drauf. Aber guck mal hier, ich habe viel mehr Erfahrung gesagt, was? Ja. Die dir jetzt nix mehr bringt, weil du tot bist. Ja, ist ja doch hier. Biss ja nicht weit weg. Ich habe auch ziemlich viele Minuspunkte gekriegt, weil ich auf meine Freunde geschossen habe. Schon mal etwas, jetzt. Was ist die Treppe, wo die eben alle herkamen? Aha, da sind sie. Das ist doch nicht normal. Ja, das nervt mich. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich genau treffe, aber trotzdem töte ich niemanden. Oh! Was? Oh, da war gerade eine Killkid. Testicle-Shot. Oh Gott, du wolltest das doch unbedingt. Nein, wollte ich nicht. Ah, das war nicht mal mit Absicht. Oh Gott, das tut so weh. Du armer Schlappes. Du sollst dir das ja auch nicht vorstellen. Ja, toll. Das tut mir aber automatisch. Oh, ich möchte unbedingt die Killkid. Ich möchte unbedingt die Killkid. So wie die Lunge schießen und so, das ist ja lustig, aber die Eier wegschießen, das macht man nicht. Regeln des Krieges. Ja. Irgendwo ist auch mal Schluss. Äh, oh, das wollte ich gar nicht. Ich will gerade die Blume schießen. Ich will mal gucken, ob ich hier eine Schatz habe. Ja, der steht dahinter. Du bist böse. Okay, das war wirklich daneben. Das war ich dann auch. Hahaha. Oh. Ich versammelte sich ja schon wieder alle. Da sehe ich sie schon auf der Karte. Oh, ich bin ja so doof. Oh Gott, oh Gott, wo sind die Bösen? Wo sind die Bösen? Ich höre, wo sind die Bösen? Ah, da rutscht er, okay. Stirb. Da ist er, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich habe ihn gerade in den Arsch geschossen. Diese Angaben sind mit Gewehr. Erfolgsfortschritt 50 von 500. Tja. Mein Gott, der rennt wie ein Besoffener. Okay. Abladen. So. Headshot. Los geht's. Deckung aufgeflogen. Wo ist der denn? Da bin ich gesehen worden. Ich sehe nicht, wo der sein soll, der Typ. Ich meine, ich sehe den auf der Karte. Ah, da oben ist er. Okay. Warum treffe ich den nicht? Das ist doch scheiße, ist das doch. Hm? Was mochte? Jetzt fick dich. Ah! Verstärkung rückt an. Du sollst, eigentlich solltest du das machen, bevor der die Verstärkung ruft. Verdammt. Die Lutschen stehen jetzt Verstärkung. Ziel nicht erreicht. Ah. Wo war der denn? Ah. Ich dachte, ich könnte mich auf dich verlassen. Nee, auf mich kann man es nicht verlassen. Ich merke es gerade. Ich bin schon wieder fast tot. Soll ich hier vorne. Äh, da. Da. Aber es ist mal so, mehr Leute zum Töten. Immer das Positives sind. Ja. Wollte gerade sagen. Man muss ja positiv denken, ne? Gucken wir sie doch alle hier bei mir. Leichnamen. Oder ich darf sie doch eine Kanate finden. Wir sind doch jede Menge Leichnamen. Oh, scheiße. Ich habe die Kanate direkt auf meine Füße geworfen. Das war natürlich mit Absicht. Ich wollte nur testen, ob das funktioniert. Okay. Ich laufe jetzt auf das andere Fragezeichen zu. Ah, das war der Friedhof. Okay, dann muss ich darüber. Dann müssen wir ja in dieses Partisanenhauptquartier. Ja. Mach du das mal und ich renne hier einfach mal. Will du weg, weil du jetzt ganz... Ja, aber du hast ja sowieso deine Mission verkackt. Ja. Verstanden. Hast du Wohle. Du hast verkackt. Du hast deine Mission verkackt eiert. Ich sag nur, weil ich schwarz bin. So. Hier ist ein Auto. Da fahren wir drei, drei, drei. Leider. Nee, da will ich mich runter. Das ist zu gut. Hier muss man ja darauf achten, dass das nicht zu hoch ist, wo man runter geht. Ja. Mimimimimimi. So. Ich bin im Bereich, wo das Hauptquartier sein könnte. Ziel in der Nähe. 38 Meter. Jetzt wird's mehr. Warum wird's jetzt mehr? ich bin die treppe runter gelaufen jetzt wird es wieder weniger 13 12 11 10 9 10 ich bin so reingelaufen werden 500 deutscher machen heute ich hab euch gefunden jetzt wieder fünf meter ja hier unten ich habe ich habe die tür ich geht der taste drücken okay bin drin grabenflinte will ich das weil der schaden ist richtig richtig hoch aber magazin größe geht runter hier wollen wir nicht hier gewehr munition shotgun munition ist alles voll mit zeug ich komme zu dir drüge es eh nichts mehr ich weiß nicht ob du auch eine krieg auch rucksack ladungen die werde ich wohl brauchen die sind für den friedhof genau okay da fehlen wir noch durch laut sophias nachricht ist sie zur burg gegangen okay gut dann gehe ich mal zum friedhof zurück wenn ich den finde das ist die frage ich glaube ich muss wieder auf das fragezeichen zu laufen stern ist ja auch in der nähe ja du bist gerade so bei dem auto da ich komme jetzt hier auch irgendwo an glaube ich habe ich vor hast du vor da ist eine treppe wir bauten so was hier bin ich hallo das gibt kein friendly feier also denkt dran die blauen sind unsere freunde okay hallo freunde so boah ich hab den friedhof tatsächlich wieder gefunden so okay rucksackladung platzieren sovias geschenk auszuprobieren achso timer hinzufügen ok timer hinzufügen weg laufen so lande ich mit sicherheit werde die sind der tote optionales ziel abgeschlossen nach ganz unten das mausoleum ok das stell ist da wo wir jetzt eigentlich hin müssen so und ja genau die sophia müsste es finden so und dann auch das ach das heißt genau da wo ich die ganzen deutschen aufgewiegelt habe da wo du gestorben bist meinst du ja naja dann weißt du ja wo es hingeht ja ich schlafe dir hinterher ne ja ja ich glaube ich habe hier nach oben glaube ich ja ich habe woanders her was wir hin müssen wir stellen uns jetzt erstmal in der ecke und machen episoden pause ok so danke fürs zuschauen auch wenn es gerade echt ein bisschen überdramatisch ist wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut tschau tschau